Hallo zusammen, heute kamen die neuen ACME-Wagensets bei mir an. Memoba Sonderserie 24211, zweiteilig, bestehend aus 1x2. Klasse BMZ und 1x2. Klasse BBMVZ. 24212, auch zweiteilig, bestehend aus 1x2. Klasse BCMZ, 1x2. Klasse BMZ, ehemals AMZ. Dann 55236, zweiteiliges Set mit 2 BCMZ-Liegewagen. Und zu guter Letzt 52546, ein Abteilwagen, Typ BMZ, zweite Klasse. Die Lackierung der Wagen ist makellos. Da könnte sich ein österreichischer Händler mal ganz, ganz viel abschauen. Bei den Liegewagen fand ich toll die installierte Leiter. Da kann man, wenn man Figuren einsetzt, sicherlich tolle, lustige Szenen gestalten. Es sind einige Zugrösteile beigelegt, wenn man die montiert. Aber der Mindestradius beträgt ohne diese schon 450 mm. Also Minimum Roco R4. Was gefehlt sind zwei Schlafwagen. Aber da habe ich meinen Zug mit dem Roco Schlafwagen Set auch in Nightjet Lackierung kombiniert. Es ist ein neues Set angekündigt von ACME, was man auch vorbestellen kann, wo ein Schlafwagen noch bei ist. Somit habe ich einen Zug mit neun Wagen, was leider für meinen Bahnhof zu lang ist. Da habe ich zu schnell vorbestellt. Somit werde ich wohl ein bis zwei Sitzwagen aus dem Verband rausnehmen und in einem anderen Zug einsetzen. Meine Zuglock ist die 1216, die Taurus. Das ist die Roco 70523. Das ist die Roco 70523. Das ist die Roco. Das ist die Roco 70523. Untertitelung des ZDF, 2020